Der will mich schon wieder sitzen lassen, der Hinkenmann. Merkt ihr's, Chad? Merkt ihr's? Der will mich schon wieder sitzen lassen, ey. Aber diesmal nicht. Das lassen wir uns nicht nochmal gefallen. Moin, Meiste! Moin, Meiste! Boah, Alter. Toni, kennst du das, wenn du so husten musst, weil du zu viel gefressen hast? Ja. Das ist ganz schlimm. Oder wenn man zu schnell gegessen hat, hauptsächlich. Boah, widerlich. Ja, ihr habt gefressen wie ein Schwein wieder. Wie immer. So ein Schnellesser? Nee, ich bin Speedesser, ja. Ja, same. Ich glaube, ich esse schneller. Ich bin ein sogenannter Quick Eater, wie man auch, wie wir amerikanern aussagen. Kein Intro, geht einfach direkt los, auf geht's. Bleib mir nur Cassidy, jawohl! Das kann ich. Okay, okay, okay. Warte, eine Frage wird vorgelesen. Beide Spieler bekommen eine festgelegte Zeit, um zu antworten. Wer besser buzzert, äh, zuerst buzzert, bekommt vier Anwaltmöglichkeiten. Man hat fünf Sekunden Zeit, um richtig Anwalt auszuwählen. Okay. Warte mal, wie will man die Antworten aus? Kann ich das mit der Maus machen? I guess, ja. Okay, lass starten. Dann wollen wir mal. Gott. Wann, wie buzzer ich mit Cass? Was mit Buzzern halt? Ah, mit Cass. Weißt du? Keine Ahnung, weiß man doch bestimmt, oder? Äh. Es gibt auch andere Möglichkeiten jetzt hier. Äh. Ich glaube, die Quelle der ewigen Jugend, glaube ich, oder? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Habt ihr schon gesehen? Brauch kein Plan. Ich bin überhaupt noch eingeloggt jetzt, oder? Stimmt das jetzt? Die richtige Antwort lautet wie folgt. Die Quelle der ewigen Jugend. Was? Oh, Mann! Welche besonderen Fähigkeiten hat Storm von den X-Men? Weiß ich. Weißt du doch gar nicht. Weißt du auch, die kann so blääh, hier, äh, werbekontrolle. Ja, das ist ja auch einfach. Ja, hey, safe. Ja, dann warum drückst du den nicht, Tonia? Weil du so schlau bist. Was ist denn das für eine Ausnahmemöglichkeit? Schlau wie Reeves, oder? Der erste Präsident der Bundesrepublik Deutschland. Oh, das weiß ich. Oh, fuck. Scheiße, ich werde so reintoben. Natürlich, kannst du alle in der richtigen Reihenfolge. Oh, Gott, warte mal. Oh, Henkmann. Nee, scheiße, das war der erste. Doch, das ist Adenauer. Ja? Ich war jetzt nicht auf Heuss oder Adenauer. Obwohl. Ja, es war Heuss, scheiße. War Adenauer nicht Kanzler? Adenauer war der erste Kanzler, ne? Oh, ich bin so... Das bedeutet in der Musik der Begriff Mezzoforte. Oh, jetzt bin ich gespannt, Toni. Jetzt bin ich gespannt. Äh, Mittellaut, glaube ich. Oder? Ja, wir hören natürlich sicher. Die Antwort lautet wie folgt. Ja. Mezzoforte. Mezzoforte. Ich die Antwort. Ich flippe aus! Wie geht's denn? Ich flippe aus! Ich flippe aus! Ich kann nicht mehr! Der Toaster wird zunächst einmal runtergedrückt, damit man die Zeit in etwa einschätzen kann, bis der Toaster rausspringt. Beide Kandidaten dürfen schätzen, wann er fertig ist. Ja. Du wirst zuerst drücken, hat anschließend noch bis zu 10 Sekunden Zeit? Äh, ja, weiß ich nicht. Machen wir einfach mal los. Ja, ja, klar. Optimal, machen wir einfach mal los. Achso, der muss in diesen 10 Sekunden, muss er dann raushüpfen. Ah, okay. Wenn ihr euren Buzzer drückt, braucht ihr ein 10 Sekunden Zeitpunkt. Aber nicht danach wahrscheinlich, ne? War es voll schwierig, glaub ich. Glaub ich auch. Alter, der Toaster wird runtergedrückt. Also kann dir eigentlich auch ich drücken, dann du und dann wieder ich, weißt du? In einer Runde. Echt? Ja, anscheinend, oder? Nee, okay. Fertig, los. Scheiße. Welche Taste drücken wir denn? Mit K, äh, mit F und K. Du musst mit F. Okay. Mach mit F. Ja, ja, F in Chat. Nee. Okay, ich weiß etwa, ich weiß etwa, wann. Oh fuck, ich wollte auch jetzt drücken. Das ist meiner. Das ist meiner. Das ist meiner. Ja, safe. Das ist meiner. Safe. Jawohl, Jungs! Wir haben ja keine Essen, die Scheiße hier. Das war zu früh, Henkmann. Nee, das war halt zu früh. Das passt genau. Das passt mit genau tun. Das passt genau. Gut gemacht, Henkmann. Guck mal. Also, wie wird gespielt. Also, es ist ja schon, es ist ja schon, okay. Mutig. Hä, wie mach ich das? Gäbe mit der Maus? Achso. Ja. Oh, geil. Ja, moin. Jetzt ist Matchball, oder? Jetzt ist er heute ein harter Kampf. Aber er hat euch das Henkel verkackt. Und nicht einmal was Richtiges. In Hamburg wird Maria Jebsen als erste Frau in der evangelisch-litterischen Kirche als Bischof. Junge. Ja. Da, liebe Freunde. Also, da. Und ich ausnahmsweise. Riebe ich mal komplett raus. Das war... Er traut sich. Komm, bitte. Ich hab ein Lexikon. Ja, schlag mir aber mal rein. Aber ich mag Tiere sehr gerne. Also, fühle ich euch dann trotzdem, ne? Nee, ich hab krasses Knowledge, kann sich sagen. Äh, äh. Äh, äh. Au, hallo. Raucherhusten, ey. Ich hab zu viel getressen. Weiß ich, ist ein Gibbon. Nee. Das sind Brüllaffe. Nee, sind gewonnen. Und die korrekte Antwort ist Gibbon. Jawohl. Krank Henke, ach du Scheiße. Ich bin krank da drin. Kannst du nichts erzählen? Jetzt wird's belastet. Ich hab ein halbes Leben ins Zoo verbracht. Ich auch, zu Hause. Nenkebauschwein, das ist Toni, ist das? Nenkebauschwein, ja. Das ist Toni. Er hatte meine Familie, Mann. Echt? Er hatte Nenkebauschwein? Ja. Ist das for real? Ist das ein Joke? Nein. Ja, übelgeil. Habt ihr das immer noch? Ja, ja. Echt jetzt? Richtig Antwort. Es sieht interessant aus, denke ich, bei dem Move auch. Oh, ja, ja. Stopp. Geht weiter. Mann! Das ist ein Seepferdchen. Ein Seepferdchen. So ne Scheiße, Digga. Oh, das ist geil. Das ist geil. Da musst du so... Kenn das Gabe ihr aus dem echten Ding tatsächlich? Genau. Ja, okay. Musst du mal so geduld halten. Bin doch echt ne Wucht. Was? Stimmt. Mit The Rockrider. Ich meine, die sind wieder neun. Gut geklappt. Das überwiegt immer der, der... Also, wenn ich jetzt auch einen reinpacke, dann ist er wieder neutral. Und wenn ich da zwei draufpacke, dann habe ich wieder die neun, ja. Was ist, wenn ich zwei, wenn ich zwei, ich zwei mal auf neun mache? Was ist denn dann? Äh, dann, dann sicherst du den quasi. Achso, dann muss ich drei draufpacken, damit er mir gehört. Ah, moin nochmal. Optimal. So richtig raufgelegt. Wollte ich auf jeden Fall, Kappa. Endlich mal etwas, was ich kann. Hä? Ja, gut. Safe. Was geht denn bei ihr? Endlich mal etwas, was ich kann. Oh, mach das doch nicht, Hengen, Mann. Das wird erst mal gesichert. Alles klar, Digga. Ganz komisch. Nein, oh. Bam. Mann. Jetzt holen wir uns die zehn, nämlich. Also, wir holen die zehn jetzt. Wir machen die zu unserem Eigentum jetzt hier. Philipp, du fühlst einfach so ein Scheißspiel, Digga. Oh, Ehre. Aber vielleicht ist es noch irgendwo gelandet. Oh, ehre. Oh, ehre. Oh, ehre. Wieso fallen die denn bei dir? Die fallen beim Hengen einfach nicht runter. Der Hengen hat wirklich einen fasten Kleber dran gejointer. Du, der pfeift doch. Das ist dein Mund. Das ist, das ist noch, der Mund ist doch kein, was soll denn, der Mund ist doch kein Musikinstrument. Was soll denn das jetzt auf einmal? Digga, ist das los, weil so ein Stockbild so drin ist. Ich einstelle wenigen Dinge, für die ich mich interessiere. Ja, für das Pfeifen. Ja, Saki, 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 das kann ich mir vorstellen. Saki, 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 oh, 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 oh. Das ist mies, Henkel. Du hast nachgeklickt, du Sau. Das ist halt schade jetzt. Du Sau hast nachgeklickt. Hab ich nicht. Du Sau hast doch nachgeklickt. Ich hab nur einen runtergetippt. Ich hab nicht gedrückt. Das ist doch scheiße. Ich war's wirklich nicht, Henkel. Was ist da denn? Ich lasse meine Hände oben schlägen so mal. Ich war's nicht. Jetzt ist hier. Eine neue Runde beginnt. Tambourin. Das war einfach. Das war einfach. Das war die richtige Antwort. Die richtige Antwort lautet Tambourin. Easy. Na ja. Wollt ihr weitermachen? Da ist das was. Ja, ja, mal weiter. Synthesizer. Und die korrekte Antwort ist Moog Synthesizer. Trompete-Klinats. Ja, die klang heller gerade. Glockenspiel. Bless RNG, bless RNG, bless RNG. Jawohl. Oh, jetzt muss ich reinhauen, Antonia. Ah, Antonia. Die letzten Ballenspieler sind wichtig. Ivonia. I win, ey. Oh, jawohl. Ey, was ist da jetzt dumm. Toni, mein Enkel. Kussi. Ciao. Tschüss, Toni. War's gut, Mann. Die Frau hat echt einen am Schaden. Ist nicht ganz dicht. Wkilöte, Mann. Musik Bis zum nächsten Mal.